Wo kommen unsere Sachen her? Ja, wo kommen sie eigentlich her? Und aus was sind sie gemacht? In diesem Buch kriegt man einen kleinen Anreiz, mal zu schauen, wo kommen denn unsere Sachen her? Das sind genau drei Sachen, die erklärt werden. Es ist einmal ein Stuhl, einmal ein Stofftier und einmal ein Schokoaufstrich. Und alle drei sind natürlich erstmal aus bestimmten Herstell... Man muss sie natürlich produzieren, man muss erstmal ein paar Zutaten zusammenbekommen. Und aus diesen Zutaten wird nach und nach dann das Produkt. Und wie das entsteht und was man alles dazu braucht und vor allem wie lange mitunter bestimmte Teile unterwegs sind, bis sie bei uns landen und in unserem Zuhause einen Platz finden, das ist unglaublich spannend zu sehen und unglaublich spannend illustriert. Schaut euch dieses Buch unbedingt mal an, wenn ihr schon ein Fan von Wo kommt unser Essen her? wart. Dann schaut euch unbedingt auf jeden Fall, wo kommen unsere Sachen her mal an. Das ist echt spannend zu sehen. unt 4.1. nochտ 4.2 7.1? Es geht überhaupt nicht als obwohl meine Sache her mal an. 3.2 Auć 5.4 6.1 5.5